gleich mal gucken wegen Kamera und Chat, ob das da bleiben kann, ob wir das noch verstellen müssen. Der Chat loopt ein wenig über die Map. Sonst haben wir nichts Großartiges. Mal gucken, ob das gleich so geht. Jetzt muss ich nur wieder ins Spiel zurückkommen. Und? Und? Ja. Rücken bleiben! Ich halte euch den Rücken frei, Sir! Angriff! Hier herüber! Wartet hier! Haltet diese Position! Angriff! Ich werde mich ihnen stellen! Äh, nein. Warte, 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 ich hab das hier bald wieder. Wartet hier! Hinten bleiben! Zu mir! Hinten bleiben! Bleibt wo ihr seid! Angriff! Ich konnte mich doch mit WASD bewegen, warum geht das jetzt nicht? Hinten bleiben! Hinten bleiben! Hinten bleiben! Hinten bleiben! Hinten bleiben! Nehmen wir die Peiltasten! Und die ASD. Ähm... Okay, jetzt geht's. Komisch. Ich hab nicht den Bart's Tale, sondern den Bart's Gold. Aha. Schade. Bart's Tale ist bestimmt besser. Also wir haben die Schützin und den Bodyguard-Typen. Das war der, genau. Und wir waren dabei, was zu tun. Gibt es irgendwie einen Lock oder so? Ich weiß gar nicht. Man muss mir vergeben, dass ich ein wenig verplant bin, wo ich das Spiel gespielt habe, die letzten drei Stunden. Das war von 4 Uhr morgens an, äh, im Schluss meines 24-Stunden-Streams und... Karte, Charakterblatt. Ah, ja. Was findet die magische... Holt die magische Glocke von Bauer Finn. Ah, okay. Finn der Könner und überzeugt ihn, das Herz des Bauermännchens zurückzugewinnen. Wo war noch mal Finnst-Town? Und... Nein, hier nicht. Ha! Ja, ich glaube, wir sind in diesem beschaulichen Dörfchen gerade erst... gerade erst angekommen. Wenn mir alles recht ist... Kelek-Tempel. Oh, was? Was? Habt ihr die Glocke dabei, mein Freund? Ich hatte gehofft, dass mit der Glocke sei ein Witz. Ihr Bovs habt anscheinend mächtig Spaß daran, mich ins Boxhorn zu jagen. Das ist wohl wahr. Aber ohne die Glocke wird's nicht gehen, fürchte ich. Kommt wieder, wenn ihr sie habt! Äh, nun gut. Die Glocke von irgend so einem Typen. Kriegt mal hin, denke ich. Der Barde musste eine Möglichkeit finden, die Bauerntochter glücklich zu machen. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie ihn vergaß. Vielleicht wäre es praktisch, ihren ehemaligen Verlobten aufzusuchen. Dann wechseln die Sch woulda. Der arme Connor, er sollte froh sein, dass sie nichts von ihm... Hm? Was denn? Der arme Connor, er... Tschüss. Mhmmm, mhmmm, mhmmmh, mhmmm. Mhmmm, Connor. Ja, der ehemalige Verlobte. Ähm... Genau. nein du bist es nicht du bist mein 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 lakai ihr seid lakai und ich bin der boss dieser ladenbesitzer hat mich aus seinem geschäft geworfen weil ich gefragt habe dieser eklige laden besitzer möglicher punkt braucht man nicht besser kann ich nicht betreten was ist denn bart's gold überhaupt kenne ich gar nicht sagt überhaupt nichts ich kann den in den kamin pissen wenn ich will der lagerraum genau wie ging das man nehme und dann ihr braucht etwas licht viel besser habe ich die besser nicht schon einmal zerschlagen das internet erst einmal gespielt von einem jahr oder so nun mir sagt es nichts verbogene klippe ähm nee hier haben wir glaube ich schon was gemacht sehen wir das wieder bei dem tempel keine glocke kein glück mein freund öhm ok wir sind einmal rundherum gelaufen die welt so viele warte 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 er hat die mussten gegen das machen könnte blocken genau gehen alle auf mein licht warum gehen wir alle auf mein licht das war sicher erleuchtend ah der blendet sie ja cool nein 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 ich glaube ich bleibe bei dem licht er hat das hund ist dann zu möglich er will mir auch auf der map angezeigt werden wenn es so wäre noch mehr welt geht es wieder in die stadt genau kirk wollen wollen aber nicht nach kirk wollen sondern ich weiß es nicht muss ich muss wieder wenig reinkommen ich war damals tatsächlich völlig im halbschlaf das gespielt habe das nicht dann da auch dieser gelbe punkt ist doch eigentlich könntest du vielleicht er zieht auf die hühner stimmt so ähm das ist der typ ich kann ja nicht ansprechen mit f oder so geht gar nichts komm auch nicht hinter ihm ins gebäude ein wenig rumschieben kann ich ihn aber das war schon alles ok ok und ist schützen kannst du nicht durch die wand schießen irgendwie nein kann sie nicht festgepackt ja blöd attacke visiere ziel an los los ja je stärker der barde ist desto mehr schaden kann er mit nahkampfwaffen anrichten level up ok ich habe ihn irgendwo hingeklickt und bewusst aber ok ähm was haben wir gemacht Glück haben wir sehr viel das glück wirkt sich in vielfältiger weise auf die abenteuer des barden aus ja selbst erklärend oder ähm ermöglicht es dem barden zweihändig geführte waffen zu benutzen ja komm wir machen bessere kritische treffer die chance einen kritischen treffer zu landen erhöht sich außerdem verursacht der treffer mehr schaden was ist hier passiert verursacht Okay, warte, ich schicke die Schützchen kurz zurück. Die muss ganz weg sein. So, damit sie wieder volle Leben hat. Ihr braucht meine Hilfe? Oh, 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 oh. Feigling! Na, das gab's schon nicht gut. Na, nun gut, nun gut. Das wäre also das. Diesen Connertypen finden, ja? Kann nicht so schwierig sein. Ähm. Hier hinten würde es nochmal rausgehen aus dem Kaff, aber ich glaube, da sind wir reingekommen. Ursprünglich. Was bist du für einer? Hm. Ah, ja, schon besser. Okay. Ähm, das hier ist... Neverstain. Finstown. Kirkworn. Und hier müssen wir den, ja, ja, doch, 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 das. Kriegen mal hin, kriegen mal hin. Dann war, äh, hier der gassige Händler. Der unfreundliche, die mir deswegen den Bogen nicht abgekauft haben, abgekauft haben, genau. Hier war eine Schenke. Hm. Die fette Laute. Die fette Laute. Du bist meine fette Laute, du bist unendlich fett. Trotzdem fixt du gut und das finde ich ziemlich nett. Stirb du elendiges Drecksfass. Hey, Quickie, wunderschönen guten Samstag. Ah, Connor, Hallöchen. Lasst mich raten, ihr seid Connor. Woher wisst ihr das? Ach, wozu soll ich mir was vormachen? Ganz Kirkwall weiß, was für ein Trottel ich bin. Leid mir euer Schwert. Ja, klar. Mein Freund, keine Frau ist es wert, sich lieber wegen das Leben zu nehmen. Was wisst ihr schon von solchen Dingen? Ich weiß, wie jemand aussieht, der krank vor Liebe ist. Denn ich bin gerade erst einer Frau begegnet, die an dieser Krankheit litt. Es war die Tochter vom alten Finn. Und sie verzehrt sich vor Sehnsucht nach euch. Wie kann sie sich nach mir verzehren, wenn sie mir wegen dieses mickrigen Lumps den Laufpass gegeben hat? Hey, ich bin der Lump. Ich habe gehört, er sei ein ziemlich stattlicher Bursche. Aber ich schweife ab. Ihr müsst endlich lernen, wie eine Frau funktioniert, mein Freund. Aber doch erst in der Hochzeitsnacht. Das möchte ich mir gar nicht erst bildlich vorstellen. Was ich meine ist, sie hat euch nur den Laufpass gegeben, um euch zum Kampf zu reizen. Wofür haltet ihr mich eigentlich? Ich kann doch kein Mädchen schlagen. Ich versuch's nochmal. Diesmal etwas langsamer. Eine Frau will, dass ein Mann ihr den Hof macht, seine Liebe beweist und sich von einem Nein nicht abschrecken lässt. Sie liebt euch. Ihr müsst ihr bloß noch zeigen, dass kein anderer Mann sich zwischen sie und euch drängen kann. Ihr denkt... Na, einer von uns beiden muss es ja tun. Und jetzt geht und kämpft um sie. Zeigt ihr, dass kein anderer Mann euch im Weg stehen wird. Egal, wie unwiderstehlich er ist. Genau. Ihr habt recht. Und jetzt geht, Connor. Geht und sagt ihr, dass ihr sie liebt. Jo, Hippie, bis dann. Sagt ihr, werdet sie heiraten und duldet keine Widerrede. In der Hoffnung, dass sein Plan aufgehen möge, lief der Barde zurück zum Bauern Finn, um zu sehen, ob er jetzt endlich die Glocke zurückbekommen würde. Also, man merkt sich, wenn eine Frau sagt, nein, dann heißt das nicht unbedingt nein, dann heißt das vielleicht. Wenn sie sagt vielleicht, dann heißt das auf jeden Fall ja. Und wenn sie sagt ja, dann ist sie eine Schlampe. Ich nehm mich nicht wirklich ernst, oder? Ähm, ein Bauer, was? Kerk-Typ? Irgendwas? Nein. War da gerade ein Wolf? Zu Bauern Finn. Also, das war kein Wolf, das war nur das. Bauern Finn, Bauern Finn, wo war der nochmal hin? Äh. Erstmal noch gucken, was das hier... Tür... Okay. Na, sehen wir uns gleich an. Komm, komm. Ja, fast. Mir ist nicht ernst neben. Nein, nein, nein. Ich distanziere mich hiermit von jeglicher meiner Aussagen. Auf immer da und für alle Ewigkeit. Und Thomas Henry ist nicht mein Sponsor. Ganz offiziell. Ähm. Keine Glocke, kein Glück, mein Freund. Äh, war fixig. Da stand doch gerade Finns Hof. Ah, okay. Ah, jetzt kann ich da unten hin. Alles klar. Ja, ja, ihr könnt nicht. Ich habe deine Tochter glücklich gemacht, Opa. Also rück die Glocke raus. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, mein Sohn. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet. Was hab ich mir wegen der schon die Haare gerauft? Sind tatsächlich nicht mehr viele übrig. Unsere netten Schwätzchen werde ich vermissen. Du kannst die Glocke haben. Ja, ist bei mir. Auf der Weide steht ein alter Gaul. Die Glocke hängt um seinen Hals. Viel Glück. Wenn du den alten Zossen selber über die Wiese jagst und mir die Glocke holst, lasse ich all deine Hühner am Leben. Ich soll das Vieh jagen? Davon haben wir beide nicht viel. Ich fall tot um und du hast die Glocke immer noch nicht. Schöne Vorstellung, aber ich brauche diese Glocke. Dieser alte Klepper ist wahrscheinlich die mieseste, niederträchtigste Kreatur, die mir je begegnet ist, Anwesende eingeschlossen. Die Glocke habe ich ihm umgehängt, damit ich ihn kommen höre und weit genug weglaufen kann. Wenn du es schaffst, ihm die Glocke abzunehmen, vergiss nicht, Bogen zu tanken, dass er einem alten Mann ein solches Vergnügen bereitet hat. Welchem denn? Gibt es mehr als einen? Ach, reden wir nicht drüber. Ich habe eine ganz kalte Hand, da ist die warme Täter seine Wohltat. Und wieder bin ich siegreich. Das war sicher erleuchtend. Läuft mit den kritischen Treffern. Ein gereizter Halt, egal. Was ist denn mit Bossgegner? Das Stunnen ist hier Gold wert. Kann ich ihn blocken? Yep. Stirb. Und er streckt die Viere. Tot. Was macht man mit dem Pferdfeld? Man erschießt es. Ich sehe, du kannst mit Tieren ebenso gut umgehen wie mit Menschen. Er hat angefangen. Ich habe genügend Hufabdrücke als Beweis. Soll ich dir helfen, dein Pferd zu begraben? Nenn es bloß nicht mein Pferd. Ich habe dieses Pferd noch nie gesehen. Was? Wenn die Stadtältesten sehen, dass du hier das Blut meines Pferdes vergossen hast, steinigen sie uns. Wir fanden mal Hinrichtungen und Blutopfer statt. Früher, als wir sowas noch gemacht haben. Ich habe nicht vor, hier zu sein, wenn sie damit wieder anfangen. Na großartig, das fehlt mir gerade noch. Ein wütender Mob auf den Fersen. Du willst es doch nicht einfach hier liegen lassen, oder? Ich komme wieder, wenn es dunkel ist, damit mich niemand sieht. Los, weg hier. Und so eilte der Barde die Glocke in der Hand und die Schuhe voller Pferdemist zurück zum Tempel, um seine neue Liebste zu treffen. Sie ist nicht meine Liebste. Und das, obwohl ich die Augen geschlossen hatte. Und das, obwohl ich die Augen geschlossen hatte. Und das, obwohl ich die Augen geschlossen hatte. Elendiges. Achtung, die ist fast tot. Ja, macht nichts. Wenn sie stirbt, schon hole ich mir einfach eine neue. Kostet nur ein wenig Mana, das grüne da. So, einmal da. Melde mich zum Dienst. Ich kann mich auch mit der rechten Maustausse bewegen. Angenehm. Ah, ich kann, ich kann die Taste halten. Oder ich kann hinklicken. Cool. Das ist ja, das ist ja voll benutzerfreundlich. Und, wie hat mich das gemacht? Mit einem Doppelrext-Klick muss ich die Taste gar nicht mehr halten. Okay, das sind mehr Möglichkeiten, als es einige aktuelle Spiele bieten. Zum Tempel, ja? Ah, fuck. Zum Tempel. Los, Autopilot. Auf zum Tempel. Tu das, Judas. Okay, ihr Typen. Jetzt aber. Ich sehe, ihr seid wieder da. Ich sehe, ihr habt gute Augen. Habt ihr uns die Glocke mitgebracht? Es war eine ziemliche Drecksarbeit. Aber hier ist sie. Hübsches, kleines Pferdeglöckchen habt ihr da. Aber wo ist die Glocke, die wir brauchen? Was redet ihr da? Die Glocke, die wir brauchen, ist blau mit einer kleinen Kuh drauf. Na, das hättet ihr mir ruhig vorher sagen können. Vergebt ihnen, mein Freund. Sie sind ja solche Schwingel. Ja, entzücken. Sie werden mir fehlen, wenn die tot sind. Ich vergaß das. Ich bin sicher, ein Plausch mit der Prinzessin wird euer Mütchen kühlen. Wir werden sie jetzt herbeibeschwören. Man betet, dass es diesmal funktioniert. Ich hatte gehofft, dass ihr kommt. Mein tapfere Retter. Immer langsam voran. Was springt denn überhaupt raus für mich? Ihr kommt schnell zur Sache. Gefällt mir. Was ihr bekommt, wenn ihr mich befreit? Nun, mich, Reichtümer, die eure wildesten Träume übertreffen. Mein Königreich und mich. Reichtümer reichen. Ihr habt zweimal mich gesagt. Etwas so Schönes kann man gar nicht oft genug erwähnen. Reichtümer reichen. Gutes Argument. Also, was ist? Bekomme ich jetzt Anweisungen von euch oder stehen wir hier noch eine Weile rum und himmeln uns an? Immer langsam voran. Touché. Es gibt da etwas, das ihr brauchen werdet, damit ihr mich befreien könnt. Das wird ja immer besser. Und was werde ich brauchen, außer einer Untersuchung meines Geisteszustands? In dem Wald, der den Highland Park umgibt, lebt ein Trow, der eine magische Laute besitzt. Die werdet ihr für meine Rettung brauchen. Die Trow sind hartnäckige, böse Burschen, aber ihr könnt sie sicher überlisten. Habt ihr das Instrument an euch gebracht, dann kehrt hierher zurück, damit ich euch weitere Anweisungen geben kann. Ja, mal gucken. Was denn noch? Ein paar Drachen töten vielleicht? Oder den Mond vom Himmel holen? Hört mal, wir können das Ganze auch abblasen. Wäre ich so scharf auf eine Balgerei mit einem Trow, dann hätte ich die Bauerstochter geheiratet. Mir könnt ihr nichts vormachen, Barde. Ich kann eure Gedanken lesen. Ich möchte, dass ihr diese Bilder in eurem Kopf genau betrachtet. Denkt daran, dass ihr das dreimal täglich haben könntet. Und dann überlegt noch einmal, ob ihr mir nicht doch helfen wollt. Hm. Touché. Ich warte! Also wo genau liegt dieser Park? Meine ergebenen Diener weisen euch den Weg. Viel Glück, mein Freund. Und kehrt hierher zurück, sobald ihr die Laute habt. Was waren das denn für Bilder in eurem Kopf? Geht euch gar nichts an. Ich mag es, wie ihr die vierte Wand... Begrüßt ihr die vierte Wand, wenn ihr mit dem Erzähler redet? Oder die fünfte Wand, oben? Ich weiß es nicht. Mir gefallen die Typen jetzt schon nicht. Ja, die sind seltsam. Ähm, du hast ja nicht gesehen, wie sie mich herumgescheucht haben damals, wo ich... Ich musste eigentlich den Typen namens Bove suchen, aber die heißen alle Bove. Und haben die mich vom einen zum anderen geschickt und bäh. Können die auch schön singen? Die haben gerade gesungen. So, und ich, ähm... Ich muss auch kurz was singen. Warte, 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 warte. Wartet, lasst mich raten. Ihr habt keinen Schlüssel zu diesem Tor und ich muss einen Magier auf irgendeinem hohen Berg besiegen, um einen zu besorgen. Meine Güte, wo nehmt ihr solche Ideen her? Hier ist der Schlüssel doch. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Jetzt muss ich die freudige Stimmung leider stören, indem ich frage, warum dieses Tor überhaupt verschlossen ist. Dies war einmal ein wunderschöner Park, in dem die Stadtbewohner sich vergnügten und Festgelage hielten. Dann machten sich die Kunaltrow darin breit. Und so halten wir ihn zur Sicherheit verschlossen. Ja, diese Kunaltrow können einem das Picknick schon vermasseln. Bevor ich mich nun in tödliche Gefahr begebe, muss ich euch noch fragen, warum fehlen euch so viele Gliedmaßen? Ach, jeder von uns hat irgendwann einmal versucht, die Prinzessin zu retten. Dabei mussten wir den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Aber ich bin sicher, dass es euch viel besser ergehen wird. Vor ein paar Tagen haben wir einen unserer Brüder hineingeschickt. Haltet nach ihm Ausschau, er wird euch helfen können, wenn er denn noch am Leben ist. Das ist wirklich sehr beruhigend. Viel Glück! Viel Glück! Aber ich muss zuerst... Der Barde beugte sich bereits den Wünschen seiner Anverlobten und machte sich auf den Weg in den troverseuchten Highland Park. Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 3. Yay. Da ist wieder mal eine Errungenschaft. Wenn ich mir nicht Mühe gebe, die für irgendwas Spezielles zu machen, dann verteile ich sie einfach zufällig im ganzen Spielverlauf. Das ist ja eh nix wert. Erstmal mit Metall leeren oder Farmen. Es ist so, dass wenn ich ein neues Schwert aufnehme, ein besseres, wird das Alter automatisch zu Geld. Und auch wenn ich Gegenstände aufnehme, werden die automatisch zu Geld. Von euch will ich gar nichts. Aber es ist viel Wichtiges zu tun. Geht weg! So, mein Freund. Wie war da nochmal diese Sache mit den Hühnern? So, das wäre das. Bye. 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 Siehst du? Direkt zur Gänze. So ein Konterschlag wäre eigentlich auch mal ein geiler Move. Hat der gerade seine Kumpels gerufen oder waren die schon da? Also ich glaube, sie können sich in der Nähe befindliche Wölfe quasi herbeirufen, aber ein neues spawnen lassen, das geht nicht. Nicht so wie in World of Warcraft, diese elendigen, wo einfach neue Welt bespawnen. So, ähm. Doch, doch. Ja, der gerufen. Aber nicht gespawnt, glaube ich. Ich kann mal gucken, so inventarmäßig. So, ich habe jetzt ein Schwert und ein Langbogen, eine Horfe und eine Rüstung. Und nattern Steine, um mich zu heilen, mit der Taste R und Geld. Ja, und das wäre das. Es ist, äh, eine, ja, eine interessante Lösung dafür, wenn man, ähm, ja, wenn man sich nicht aus dem Spielkluss bringen lassen will, indem man immer wieder zum Händler läuft. Andererseits, wenn man das, äh, tatsächlich mag, immer wieder zum Händler zu laufen, äh, für denjenigen ist es dann halt schade. Melde mich zum Dienst. Halt deinen Maul und mach deine Arbeit. Was ist noch geschrieben? Ist ja geil, immer, äh, immer wieder gegen eine Jungfrau austauschen nach Gebrauch. Bevor ihr etwas sagt, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Stichen ab! Wenn ihr mir keinen Ärger macht, mache ich euch auch keinen. Was wollt ihr hier? Ich brauche nur ein magisches Instrument von einem Throne in diesem Park. Dann verschwinde ich wieder. Seid ihr derjenige? Nein, ich nicht, aber ich weiß, wer es ist. Ihr würdet gut daran tun, wieder umzukehren, denn er ist nicht besonders umgänglich. Ich muss wenigstens einen Versuch unternehmen. Vielleicht können wir ja zu einer Einigung kommen. Würdet ihr mich zu ihm bringen? Nicht nötig, Fremder. Fnarf wird jeden Augenblick hier sein. Ach, wie angenehm. Ja, das ist sein Name. Er ist der gerissenste Kunal-Trau, den ihr je treffen werdet. Das hat nicht viel zu heißen. Was hat dieser schurkige Schreihals hier zu suchen? Meister, dieser Reißende kommt wegen eines magischen Instruments. So, ihr seid hinter meinem einzigartigen Eigentum her. Okay, zwei mit Bogen. Es haben, aber nur über meinen kalten Kadaver. Das war der Plan, ja. Können wir nicht doch zu einer Einigung kommen? Es wird weder Einigung noch Einvernehmen geben. Drei mit Bogen. Es sei denn, wir kommen überein, dass eure ausweglose Auslöschung bevorsteht. Ausweglos und Auslöschung? Nun gut, ihr seid ein toter Mann. Äh, True. Drei mit Bogen. Drei mit Bogen. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Die andere ist ja noch da, das Elendige. Drei mit Bogen. Danni mit Bogen. Bogen Bogen. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.